Oh, süß. Wirklich wunderschön. Ich geh ran. Ja, Lena? Hallo, Lena. Hier ist Mama. Ich rufe aus dem Eastern Krankenhaus an. Ihre Mutter hat es eben selbst versucht, aber das Gespräch wurde unterbrochen. Und warum rufen Sie an? Sie ist sehr krank. Sie möchte, dass Sie kommen. Und denk an Esther Williams. Du bist ein Kämpfer wie ich. Du hast genau wie ich Rückgrat. Hör mich zum letzten Mal, scheiß Fronten! Verdammt, das war das letzte Mal... Ich kann das nicht. Doch, du kannst das. Ich habe das nicht. Ich weiß es nicht. Vielen Dank.